Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Alkohol, Cannabis, Kokain. In der Schweiz wird hemmungslos geraucht, geschnupft, gespeckt und geschluckt. Das ist jedenfalls, was verschiedene Studien belegen. Grüezi und Willkommen, das ist das Fenster zum Sonntag. Heute zum Thema «Nüchtern halte ich mich nicht aus». Genussmittel sind in unserer Gesellschaft breit akzeptiert. Aber was ist, wenn es plötzlich nicht mehr ohne geht? Für Marc Sabo ist die Schule keine einfache Zeit. Mit 14 fängt er an zu kiffen und stürzt ab. Oder die Barchefin Brigitte Peikhoff. Sie ist immer gut drauf und trinkt auch gerne mal ein Glas mit, bis sie gar nicht mehr nüchtern sein kann. Zuerst aber zu Christian Sandmeier. Er war zufrieden mit seinem Leben, erfolgreich im Beruf und kurz davor zu heiraten. Aber dann, mit 30, erfährt er ein Geheimnis, das eigentlich nie ans Licht kam. Die Wahrheit macht ihn fertig und er landet auf der Gasse. Surprise! Christian Sandmeier verkauft das Strassenmagazin «Surprise». Oft kommt er mit Menschen ins Gespräch, die drogenabhängig sind oder auf der Gasse leben. Die kennen mich die meisten und kommen ab und zu mit Fragen auf mich zu. In gewissen Fällen kann man Hilfestellungen bieten, einfach dort, wo es die Leute auch annehmen können. Er weiss genau, wie sich Obdachlose fühlen, hat selbst lange auf der Gasse gelebt. Ich bin in die Drogen reingekommen, weil ich mit meiner ganzen Lebensgeschichte nicht mehr mit mir selber geschlagen bin. Ich war in den Gefühlen so etwas von gespalten gewesen, als ob man mich mit dem Hammer erschlagen oder besser gesagt in der Mitte auseinangeschlagen hat. In seiner Krise will er einmal Drogen probieren. Eine Bekannte warnt ihn. Sie hat mir hier noch gesagt, da kommst du nicht mehr davon weg. Und ich hatte das Gefühl, das ist kein Problem. Ja, ich habe meine Tasche. Es ist ein 17 Jahre aktiver Drogenkonsum bei mir. Die Notschlafstelle der Heilsarmee in St. Gallen. Zwei- bis dreimal in der Woche macht Christian während der Nacht Pikedienst und räumt morgens auf. Sein Weg in die Drogen beginnt 1988. Er ist damals 30 Jahre alt und hat einen guten Job als Lagerist. Seine Verlobte eröffnet ihm ein dunkles Familiengeheimnis. Meine Zählotte hat mir auch erzählt, wer das mein lieblicher Vater ist. Das wusste ich bis dort nicht. Sie hat mir gesagt, dass mein Grossvater mein lieblicher Vater ist. Und das hat mir völlig den Boden unter den Füssen weggezogen. Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich ein Kind aus Inzest bin. Also mein Vater hat meine Mutter vergewaltigt. Das war ihm seine Tochter. Und ich bin auch daraus entstanden. Und mit dieser Tatsache bin ich echt nicht geschlagen gekommen. Christian war bei den Grosseltern aufgewachsen. Zu seiner Mutter hatte er kaum Kontakt. Als er versteht, warum das so war, bricht seine Welt zusammen. Jeder Mensch hat eine andere Art von Resilienz. Bei dem gleichen Erlebnis. Der eine verkraftet das, der andere nicht. Und ich habe das auch nicht verkraftet. Seine Beziehung zerbricht. Er rutscht in die Drogenszene. Einige Jahre lang kann er den Konsum geheim halten und ist berufstätig. Irgendwann landet er doch auf der Gasse. Ich war wirklich zwei Jahre völlig auf der Gasse. Sommer wie Winter. Und in dieser Zeit bin ich viel hier in St. Gallen. Aber auch in Zürich. Und halt einfach solche Schlafplätze. Oder manchmal in öffentlichen WC oder Baubaracken. Heroin. Kokain. Benzerdiazepine. Das war die Palette, die ich genommen habe. Das sind wir jetzt beim Stadttheater. Und das war früher einmal mein Schlafplatz, wo ich mich ausgewählt habe. Wir hatten hier natürlich alles Gebüsch. Man war verdeckt. Da ist wirklich die ganze Nacht nie jemand gekommen. Ich habe das Leben auf der Gasse nie wirklich als gut empfunden. Man ist einfach auf der Gasse. Man ist mit den Leuten zusammen. Aber ganz viel durch den Konsum. Der Tag geht einfach vorbei. Und man merkt es eigentlich gar nicht. Man lebt am Leben vorbei. Wegen kleinerer Delikte und Drogengeschäfte landet er 1998 im Gefängnis. Eines Abends konsumiert er dort mit einem Kollegen Drogen. In der Nacht erlebt er Schreckliches. Am zweiten, dritten der Nacht ist mir das einfach so vorgekommen, dass wirklich eine böse Macht in Form von einem dunklen Dampf durch die geschlossene Gefängnisse durchgekommen ist. Ein dunkler Dampf und auch das Empfinden, dass das das Böse für sich selbst ist. Christian ist starve Angst. Plötzlich erinnert er sich an die Sonntagsschule in seiner Kindheit. Die Lehrerin hatte ihm von Jesus Christus erzählt. Dort habe ich angefangen zu Jesus zu beten. Und das hat dann nicht Land gebraucht. Ist das für mich spürbar geworden, wie es mir selber wärmer wird und wie diese kalte, dunkle Macht hat man so recht durchreicht. Es klingt ziemlich verwirrlich für vielleicht viele Leute, aber ich habe das so erlebt. Er schöpft Hoffnung und will nach der Haft ein neues Leben beginnen. Doch es dauert nicht lange und erfindet sich in der Drogenszene wieder. Vor X Jahren war das wirklich der Platzspitz hier in St. Gallen. Da hatten wir hier unten etwa 30 Schlafsäcke nebeneinander. Ich war selber auch dabei in dieser Zeit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das war. Und hier auf der Plattform oben sind rundherum die Leute am Filterchen. Die Sucht läuft aus dem Ruder. Wie durch ein Wunder überlebt er vier Überdosen. Ich glaube, mein Gott hat mich nie verlassen. Darum lebe ich heute noch. Auch in den schlimmsten Situationen habe ich das Gefühl, Gott ist immer da. 2005 spürt Christian, dass er ohne fremde Hilfe nicht drogenfrei wird und lässt sich in eine Klinik einweisen. Ab dem zweiten Tag nimmt er keine Substanzen mehr. Nach 17 Jahren Drogenkonsum wird er clean. Hallo. Heute engagiert sich Christian Sandmeier bei der Suchthilfe Endless Life in der Prävention und Beratung. Auch Thomas Feurer, der Gründer des Vereins, hat eine steile Drogenkarriere hinter sich. Unser Ziel ist es, den Menschen zu helfen, aus dem Sumpf rauszukommen. Wir möchten es langfristig, also über eine längere Zeit, begleiten. Das heisst, wieder stabilisieren, Arbeitssuche, Wohnungssuche. Einfach das, was möglich ist natürlich noch. Und das Ziel ist auch, die Familie wieder zusammenzubringen. Und das machen wir, indem wir jetzt auch versuchen, den Angehörigen Selbsthilfegruppen aufzubauen. Wie wichtig Unterstützung auf dem Weg aus der Sucht ist, wissen beide aus eigener Erfahrung. Christian hat sich zum Sozialbegleiter weitergebildet. Bei Endless Life arbeitet er in der Suchtbegleitung und leitet die Selbsthilfegruppen. Man trifft sich einmal in der Woche. Ich scheiere mich in dieser Selbsthilfegruppe, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass jemand, der zu den Drogen aus möchte, selber aktiv etwas unternehmen muss. Bei uns ist es so, dass es zum Teil Leute sind, die immer noch ein Problem haben, aber den Willen haben, ihr Leben zu verändern, zum Beispiel einen Abbau angehen, möglichst keinen Nebenkonsum mehr haben. Und da ist es wirklich hilfreich, dass man sich gegenseitig unterstützt. Elf Jahre sind seit dem Entzug vergangen. Für Christian hat sich alles verändert. Das war bei mir früher wirklich so. Ich konnte meine Nöchter eigentlich nicht mehr anschauen, nicht mehr ausstehen. Und dadurch, dass ich klein geworden bin, aber auch durch meinen Glauben, habe ich das nicht mehr. Also, ich halte mich durchaus selber aus. Natürlich gibt es auch heute noch ab und zu mal Stunden, wo man traurig ist oder so, aber nicht mehr in dem Mass, dass es zu einem Drogenkonsum führen kann. Ich habe mir wirklich Sachen, die du delegieren könntest. Ja. 35 Liter Wein und 56 Liter Bier. Das hat laut Statistik jeder Einwohner in der Schweiz im Jahr 2015 getrunken. Das sind umgerechnet etwa 8 Liter reiner Alkohol. 300'000 Menschen gelten in der Schweiz als abhängig. Brigitte Peikhoff fängt mit 15 Jahren eine Lehre an als Restaurantfachfrau und Köchin. Seither schafft sie in der Kognigen Gastronomie, in Clubs und Promilokalen. Die Gäste schätzen sie sehr. Sie ist nämlich immer gut drauf und auch immer für einen Trink zu haben. Die Restaurantfachfrau Brigitte Peikhoff arbeitet in jeder Saison an einem anderen Ort. München, Kitzbühel, Wörthersee, USA. Als Barchefin hat sie internationale Erfahrungen. Es war immer Party. Das hat mich unglaublich gefallen. Es war immer Stimme, es war immer gute Lune. Ja, ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe viele Prominente kennengelernt. In den mondänen Skiorten und Promilokalen herrscht immer Ausnahmezustand. Der Alkohol fliesst in Strömen. Sich einladen lassen und mittrinken gehört zum Geschäft. In dem Umfeld ist es natürlich selbstverständlich gewesen, die Gäste zu animieren. Es ist natürlich umsatzfördernd auch gewesen. Und der Gäste hat einfach Freude gehabt. Er hat sich bestätigt gefühlt, wenn du einfach für ihn eingehst und sich für ihn Zeit nimmst. Eben das Gefühl gibt es dadurch erst wichtig. Brigitte wird von den Gästen Sonnenschein genannt. Damit ihr das Strahlen leichter fällt, motiviert sie sich mit Alkohol. Es hat mich locker gemacht. Es hat mich unterstützt, dass ich immer freundlich sein kann. Dieser Sonnenschein, diese immer gute Lune. Und das hat auch beitragen, dass ich das Ganze aushalte. Mitten von den ganzen Betrunkenen dann einfach das Auszuhalten. Zwei Flaschen trinken, das ist keine Sache gewesen. Ich höre unglaublich viel Vertrag mit der Zeit an. Natürlich auch während der Arbeit. Da kann man zehn Schnäpse trinken. Man spitzt das ja alles wieder raus. Es war eine ständige Bewegung. Ich habe mich bei der Arbeit immer unter Kontrolle gehabt. Ich habe meine Arbeit tadellos machen können. Aber zum Schluss war es schon so, dass ich nach der Arbeit noch so viel weitergemacht habe, bis es dann komplett aus der Kontrolle geraten ist. Niemand merkt, wie es wirklich um sie steht. Sie verdient gutes Geld und gibt es genauso schnell wieder aus. Ich bin während dem Oktoberfest am Vormittag schnell Maximilianstraße. Ich habe unbedingt ein paar Handschuhe gebraucht. Da habe ich das erste Beste von Gucci gleich um knapp 500 Euro, die ich vielleicht dann zweimal getragen habe. Ich habe die Hälfte von Geld in Einmalschappen ausgegeben. Für Sachen, die ich eigentlich nicht gebraucht habe. Aber das ist einfach der Belohnungseffekt dann gewesen. Ich wollte mir einfach was Gutes tun und ich habe gemeint, das unbedingt zu brauchen. Die junge Frau leidet unter ständigen Magenbeschwerden und geht deshalb zum Arzt. Der erkennt ein Alkoholproblem und rät ihr dringend zum Entzug. Alkoholentzug ist für mich nicht in Frage gekommen. Ich habe zu meinem Arzt gesagt, ich kann das nicht machen, das ist mein Business, ich muss weiter trinken, sonst kann ich meinen Beruf einfach nicht mehr machen. Eine Erholungsmaßnahme in einer Klinik stimmt sie aber zu. Doch kaum ist sie wieder zu Hause, trinkt sie mehr als zuvor. Als erstes in einem Lokal vor der Arbeit schon einmal eins bis zwei Gläser getrunken. Und dann durch den Tag so langsam eins nach dem anderen. Also der Arzt hat mir gesagt, ich bin Spiegeltrinker, immer auf einem gewissen Level. Also der Fruss ist immer da gewesen eigentlich, wie ich daheim gewesen bin, in meinen eigenen vier Wänden. Wenn ich allein gewesen bin, das ist immer Fruss gewesen. Verzweifelt schluckt sie eine Überdosis Tabletten. Sie überlebt und will ihr Leben verändern. Sie beginnt zu studieren, doch die Doppelbelastung, Tags Studium, Nachts Arbeiten, überfordert sie. Ich habe zum Schluss nichts mehr machen können. Ich habe den Haushalt sowieso nicht machen können. Ich konnte meine Wäsche nicht mehr waschen. Um den Schein aufrecht zu erhalten, habe ich dann einfach immer Sachen nachgekauft. Ich bin zum Kaffee gegangen, damit die Haare immer schön ausgesehen. Für das Bild für die anderen. Es ist einfach immer Eiling. Sie einfach aufwachen, jeden Tag mit Kopfschmerzen, mit Übelkeit. Ich bin so traurig, leer. Ich weiss gar nicht, ob ich mich überhaupt zwischendurch gespürt habe. Dann verliebt sie sich. Mit ihrem neuen Freund zieht die Österreicherin in die Schweiz, um einen Neuanfang zu wagen. Sie hört auf zu arbeiten und hat endlich Zeit zum Nachdenken. Doch das Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit bleibt. Mit ihrer Nachbarin spricht sie darüber. Bis dann eines Tages meine Nachbarin mir gesagt hat, dass wir alles Loch im Herz haben. Und dass das Loch nur Jesus füllen kann. Und das hat mir so einschlagen. Und ich habe gewusst, ich muss den Jesus suchen. Ich probiere es einfach mit ihm. Brigitte beginnt sich intensiv mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen und besucht Gottesdienste in einer Freikirche. Bald wirkt sich der Glauben in ihrem Leben aus. Ängste sind auf einmal verschwunden, wo mich ständig begleitet haben. Die Angst vor der Unkulheit ist weggegangen. Wo mich vorher immer wichtig sie ist, ausgegangen und so weiter. Auf einmal hat keine Rolle mehr gespielt. Also ich wollte am Samstag nicht mehr in den Ausgang gehen, weil ich wollte einfach am Sonntag fit sein für den Gottesdienst. Regelmässig liest sie in der Bibel und findet darin Orientierung. Dabei macht sie eine besondere Erfahrung. Eines Tages habe ich Stimmen gehört, wo ich ganz klar gewusst habe, was von Gott gesagt hat, hier aufzurauchen. Und es war für mich klar, seitdem habe ich keine Zigarette mehr angerufen. Mir krusst es davor. Und somit auch, habe ich nämlich das Bedürfnis, kein Alkohol zu trinken. Was ich vorher einfach alles geliebt habe, ist auf einmal, auf unerklärlicher Weise habe ich es nicht mehr gern. Es hätte sich verändert, ohne dass ich es wirklich gemerkt hätte. Heute kocht Brigitte für ihre WG-Kolleginnen. Sie ist gelernte Köchin und beginnt wieder in diesem Berufsfeld zu arbeiten. Sie engagiert sich in Pfarrer Siebers Sonnenstube und als Hauswirtschafterin auf einem Jugendschiff. Mein Wunsch ist, dass ich einfach gefestigt bin, dass ich weiterhin mit Jesus unterwegs bin. Dass ich wirklich eine Berufung gefunden habe. Und der Traum ist jetzt auch, was ich gemerkt habe vom Jugendschiff, dass ich einfach es daheim haben möchte für Menschen, die einfach in Not sind auch. Brigitte Peikhoff hat vor kurzem geheiratet und ist Mutter eines Sohnes. In ihr altes Leben mit Alkohol will sie nie mehr zurückkehren. Ich werde auf keinen Fall mehr in Bars arbeiten, wo ich mittrinken muss. Diese Feierstimmung, das brauche ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr in einer Scheinwelt sein, wo ich mich dahinter verstecken muss. Und ich möchte ganz sicher nicht mehr mich am Leben einhalten müssen mit dem Alkohol. Bei den legalen Drogen ist Alkohol der Spitzenreiter. Bei den illegalen ist es Cannabis. Das Kiff ist vor allem beliebt wie die Jugendlichen. Darum erstaunt es auch nicht, dass jeder Dritte mit 15 schon mal einen Joint probiert hat. Sex aus Neugier oder zum Problem vergessen. So wie bei Marc Sabo aus Ungarn, der häufig aggressiv war. Um sich zu beruhigen, greift er zu Cannabis und stürzt ab. In der Art von 14 habe ich angefangen zu kiffen. Weil es mich beruhigt hat und ich konnte so Freunde finden. In meinem Leben die Teenagerjahre sind rausgeblieben, weil ich war drogensüchtig. Ich habe ganz andere Interesse gehabt als andere Teenager. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt ungefähr in Mitte von Ungarn. Heisst Solnok. Mein Vater ist gestorben, in der Art von 27. Er ist Alkoholiker gewesen. Er hat getrunken und hat probiert zu schwimmen im Fluss. Er ist ertrunken. Ich bin ausgebildeter Drogen- und Gifttechniker. Dadurch habe ich ziemlich alles gelernt von Narkotiken, Anatomie, Biochemie. Deshalb konnte ich über Dosis behandeln. Ich wollte alles probieren, was es ist. So wie LSD, verschiedene Pilze, Kaktus. Damit ich meinen Verstand erweitern kann. Als ich in der Art von 22 mich zu spritzen gelernt habe, ich bin so schnell so tief gerutscht. Ich konnte es gar nicht mehr zurückhalten. Mich hat nichts mehr interessiert. Nur dass ich Drogen nehmen kann. Ich habe den ganzen Tag konsumiert. Egal was und egal wann und egal wie viel. Wo mein Geld fertig gewesen ist, bin ich zu stehlen gegangen oder jemanden betrügen. Und so habe ich mein ganzes Leben zerstört. Ein ganzer Freundeskreis, eine ganze Familie. Ich konnte nicht an einem Arbeitsplatz mehr als zwei Monate bleiben. Damals die Meinung von meiner Familie war, dass ich nicht mehr als 27 Jahre leben werde. Mein Vater war 27, als er gestorben ist. Und sie haben gesagt, ich bin viel, viel schlimmer als mein Vater gewesen ist. Die Ärzte haben gesagt, dass ich keine Chance habe, ein normales Leben zu haben. Sie haben gesagt, ich bin so sehr beschädigt, geistlich und körperlich, dass ich werde nie mehr fähig, um zu lernen oder mich in eine Gesellschaft richtig integrieren zu können. An einem Tag habe ich mich vor den Augen meiner Mutter geschossen. Und dann habe ich realisiert, dass ich gar nicht lebendig bin. Ich habe keine Emotionen in meinem Herz und keine Liebe. Ich bin unfähig, sie um Liebe zu empfangen und auch zu weiterleiten. Ich habe es gewünscht und ich wollte es erleben, aber ich konnte es nicht. Das hat mich gar nicht berührt. Meine Mutter sieht mich aus, als ich mich spritze. Und ich habe mein Land verlassen am nächsten Tag. Und ich habe zu niemandem gesagt, sogar meine Mutter hat mich gewusst. Ohne Sicherheit, ohne Geld, ohne Dokumente, ohne Identität, ohne Sprachkenntnis. Einmal früh am Morgen in Basel gegenüber Münster, an Rheinseite, habe ich eigentlich realisiert, dass mein Leben nichts geworden ist. Meine Verlangenheit ist nur Schande. Und meine Gegenwart, ich war vielleicht 45 Kilogramm und dreckig und habe keine Freunde gehabt. Aus Zukunft habe ich, ich bin ziemlich überzeugt gewesen, dass in ein paar Wochen werde ich sterben in Überdosis in einem öffentlichen Toilette. Und plötzlich habe ich meine Hand in meinen Hosen-Sack getan, wo ich einen Zettel gespürt habe. Und ich habe diesen Zettel rausgenommen und meine Tränen von meinen Augen ausgelöscht und ich habe das gelesen. Und da drauf stand geschrieben, Tram Nummer 6, Habermatten, New Covenant of Fellowship, Dan und Katrin Backlund. Als ich hier das erste Mal reingekommen bin, habe ich Katrin getroffen. Sie hat geschrallt. Sie hat sich gar nicht von mir ferngehalten. Das ist sehr berührend. Ich habe gefragt, ob ich ein Bett, ein Telleressen, ein Dusch nehmen kann hier. Und dann bin ich da geblieben. Mitten unten diese Leute, die mich sehr geliebt haben und eigentlich immer vergeben, immer akzeptiert und immer angenommen und eigentlich bedingungslose Liebe gezeigt haben. Das Wichtigste, das sie mir weitergegeben haben, war Jesus. In Jesus habe ich Lebensfreude gefunden. Etwas, das ich immer gesucht habe. Ich konnte es nie finden. Ich hatte keine Ahnung, dass es Jesus gibt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich Leben suchen soll. Ich habe immer eine schlechte Sache probiert dafür. Und als ich Jesus gefunden habe, habe ich es bekommen. Eigentlich frei, gratis. Und als ich Gott erlebt habe, habe ich sofort gewusst, dass es Gott gibt und dass er gut ist. Ich war sehr schlimm. Ich war sehr, sehr schlimm. Und wenn dieser Gott mich lieben kann, dann will ich ihn. Ich habe mein Leben zu ihm gegeben und er hat eine Mutter gemacht. Ich habe keine Wünsche gehabt, um Drogen zu nehmen. Ich wurde befreit. Ich kann nicht erklären. Vorher habe ich jahrelang jeden Morgen Wünsche gehabt, um Drogen zu nehmen. Und ich habe keinen Entzug gehabt. Kein Psychiater und kein Medikament. Kein Fieber oder Schweissen. Ich wurde befreit. In all meinem Leben war es ein Kindheitstraum, dass ich einmal Gitarre spiele. Aber ich habe es nie probiert. Ich habe immer konsumiert. Und dann habe ich die Gitarre genommen und jetzt spiele ich in der Kirche, spiele ich zu Hause, spiele ich spät in der Nacht. Jesus hat alles neu gemacht. Er hat meine physische Gesundheit erneut. Er hat erneuert. Er hat meine geistige Bereitschaft erneuert. Erster habe gesagt, dass ich nicht mehr fähig zu lernen werde. Und heute habe ich Gitarre zu spielen gelernt. Habe ich die Bibel kennengelernt. Ich bin fähig zu arbeiten und ich arbeite. Und ich bin zuverlässig. Habe ich mich integriert. Ich bin Teil von einer Gesellschaft. Ich habe sehr viele Freunde, sehr viel Freude, sehr viel Liebe. Ich habe nicht. Ich bin ein paar Jahre alt. Süchte sind noch immer ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wegschauen und ignorieren hilft aber niemandem. Besser sollten wir das Thema offen ansprechen. Dabei helfen kann zum Beispiel das Buch «Drogen und Sucht – Alles, was Sie wissen müssen» vom Helmut Kunz. Zeigexemplar verlassen wir heute. Wenn Sie eines möchten, dann schreiben Sie uns mit dem Stichwort «nüchtern» bis am nächsten Donnerstag. Nächste Woche trifft Ruedi Osoran den Nathanael Aman, ein Pfarrsohn, der regelmässig ins Buff gegangen ist. Und in zwei Wochen begrüsse ich Sie aus Sahne, dann mit bewegenden Geschichten zum Thema Winterliebe. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Adem miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamic, die Wasserbett-Spezialisten.